Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Eine Zuschauerin hatte eine Frage zum Thema Frauen und Kinder bekommen und den sehr, sehr großen Schmerz, den Frauen spüren, wenn sie keine eigenen Kinder bekommen können, wenn sie also nicht in der Lage sind, eigene Kinder zu gebären. Ich möchte hier in diesem Video darauf eingehen. Es ist ein Thema, wo wir noch nicht sehr viel darüber gesprochen haben, aber es ist ein unglaublich wichtiges Thema, weil wir Seelen sind in einem Körper und weil wir Kinder Gottes sind. Frauen, die keine eigenen Kinder bekommen, haben oft einen Schmerz und auch wenn sie Kinder adoptieren, die sie wie ihre eigenen Kinder großziehen, bleibt oft trotzdem irgendwo ganz tief im Inneren versteckt dieser Schmerz, dass sie keine eigenen Kinder haben bekommen können. Warum ist es so und wie kann ich damit umgehen? Das sind sehr, sehr wichtige Fragen. Tatsächlich sind wir hier, unsere Seelen in diesem Körper, auch da, um uns zu vermehren. Das hat Gott auch gesagt, ja. Geht hin und vermehret euch. Und in der Bibel sehen wir auch Beispiele von Frauen, die auch in einem sehr hohen Alter Kinder haben gebären können. Sogenannte Wunder dann, ja, wo sie längst über das sogenannte gebärfähige Alter hinaus waren. Also ein gebärfähiges Alter in dem Sinne gibt es ja eigentlich nicht. Ja, in der heutigen Zeit liegt das ungefähr so bei 40, manchmal bei 45 Jahren und ja, manchmal sogar in ganz großen Ausnahmefällen sogar bis Ende 40. Aber eigentlich ist es dann vorbei. Aber in der Bibel sehen wir Frauen, die auch wirklich noch in wesentlich höherem Alter Kinder haben bekommen können. Menschen, wir Menschen sind hier, um uns zu vermehren. Aber das Vermehren ist nicht einfach nur ein Vermehren so schwuppdiwupp, sondern es ist ein spiritueller Akt. Es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger spiritueller Akt, der heute auch von den meisten Menschen unterschätzt wird. Frauen sind da auch, ja, nicht nur, aber Frauen sind da auch, ja, nicht nur, noch mal gesagt. Frauen sind da, um Kinder zu bekommen. Männer sind da, um Kinder zu zeugen. Und ganz wichtig ist es, in dieser Situation, wo ein Paar sich entscheidet, gemeinsam Kinder zu zeugen, Kinder zu bekommen und gemeinsam diese Kinder aufzuziehen. Ganz wichtig ist es, dass da in dem Augenblick die Paare in einem hohen Bewusstsein sind. Wenn ich zum Beispiel diesen Akt vollziehe und ich habe Streit und eigentlich kann ich meinen Mann schon nicht mehr ausstehen oder meine Frau schon nicht mehr ausstehen, dann entsteht da eine sehr, sehr negative Energie, die, die tatsächlich dann auch übergeht, zum zum Teil... Entschuldigung. Ja, das war ein Niesen, es kam auch von außen, die dann auch zum Teil schon übergeht in die Seele, die dann noch geboren werden wird. Das Beste, die bestmögliche Situation ist die, wo Paare wirklich, auch nicht aus Verzweiflung heraus, denn wenn ich wirklich keine Kinder bekommen kann und ich versuche und versuche und versuche, es gibt es ja heute sehr oft, ja, dass sehr, sehr oft versucht wird und dann schon mehr oder weniger verzweifelt versucht wird, Kinder zu bekommen und es funktioniert einfach nicht. Wenn ich aus dieser Verzweiflung heraus versuche, Kinder zu bekommen, dann ist auch diese Energie mit in der Seele des Kindes drin, auch schon zum Teil ein kleines Trauma. Das Beste ist also, wenn ich wirklich, wenn zwei Menschen zusammen sind und sie sagen, wir entscheiden uns ganz bewusst dazu, wir möchten Kinder bekommen und wir werden heute, werden wir gemeinsam diesen Akt vollziehen, um ein Kind zu zeugen, um ein Kind bekommen zu können. Das ist natürlich die wunderbarste Situation, die man sich vorstellen kann. Aus dem ganz hohen Bewusstsein und aus der reinen, tiefen Liebe heraus. Leider sind diese Situationen heute die Ausnahme. Es gibt Kinder, die werden geboren durch Zufall, durch Unfälle, ja, manche auch bewusst, manche auch aus Verzweiflung, wo schon ganz lange versucht wird und es klappt dann trotzdem irgendwann mal. Und es gibt auch, wie gesagt, Frauen, wo das nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, wenn eine Frau nicht ihre eigenen Kinder gebären kann, dann bleibt da immer ein Schmerz. Es ist wie dieser Schmerz, der auch in jedem von uns drin ist, eine Sehnsucht zurück zur Quelle. Dann ist bei dieser Frau auch dieser Schmerz diese Sehnsucht nach diesem eigenen Kind. Denn es kann auch sein, dass womöglich sogar Seelen darauf warten, dass Seelen eigentlich geboren werden wollten durch diese Frau, aber es aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert hat, weil zu lange gewartet wurde, weil zu lange nicht der richtige Partner gefunden wurde. Vielleicht auch aus medizinischen Gründen, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Der Schmerz bleibt. Muss aber nicht so sein, dass dieser Schmerz dann so groß ist, dass er mein Leben prägt, ja. Ich kann versuchen, dazu sind wir ja auch hier auf dieser Erde, wir haben ja auch unterschiedliche Möglichkeiten mit Schmerz umzugehen. Ich kann auch versuchen, diesem Schmerz einen Fleck zu geben, ja, diesen Schmerz zu sagen, ich weiß, er ist da, er wird auch nie weggehen, er wird immer da sein. Es war aber nicht in diesem Leben, ja, mir gegönnt oder es war nicht die Situation da, dass ich eigene Kinder habe bekommen können. Aber ich habe jetzt Kinder adoptiert und das ist jetzt das, die Situation, wie sie ist. Und ich akzeptiere sie und ich liebe diese Kinder so sehr wie meine eigenen. Ich werde meine ganze Energie da hineingeben und ich werde auch diesem Schmerz, dem werde ich eine Stelle geben, dem werde ich einen Ort geben, den werde ich in mein Leben integrieren. Ja, nicht integrieren, dass der Schmerz immer da ist, sondern ich werde genau in den Schmerz hineinfühlen, ich werde ihn spüren und werde dann tatsächlich diesen Schmerz auch verarbeiten können. Es ist immer so, egal in welcher Situation ich im Leben bin, es ist immer so, dass ich den Schmerz oder dass ich die Situation spüren muss, um auch damit umgehen zu können. Ja, es gibt auch viele Menschen, die sagen, ja, ignoriere es einfach, sage dir, es ist nicht da falsch. Wenn ein Schmerz da ist, wenn eine Leere da ist, wenn ein Gefühl da ist, auch wenn eine Depression da ist, dann muss ich genau hinschauen und ich muss sagen, das ist die Situation. In dieser Situation befinde ich mich und jetzt werde ich also Lage für Lage diesen Schmerz, Lage für Lage diese Sehnsucht, Lage für Lage diese Leere, ich werde es Lage für Lage erarbeiten, verarbeiten und dann kann ich auch mit diesem Schmerz weiterleben. Es ist ganz wichtig, den Schmerz zu erkennen, den Schmerz auch zu erlauben, ihm einen Ort zu geben und dann auch zu verarbeiten. Die Sache mit dem Kinderkriegen ist wirklich eine fundamentale und auch eine sehr, sehr spirituelle Geschichte. Sie ist viel wichtiger, auch spirituell, auch von dem, wer wir wirklich sind, als wir es uns vorstellen können. Und deswegen ist auch der Normalfall, ja, Vater, Mutter, ein Kind wird gezeugt und wird dann geboren im eigenen Leib der Mutter. Das ist für das Kind und auch für die Mutter die meist wünschenswerte und auch die, ja, spirituell allerbeste Situation, die ich bekommen kann, die ich haben kann. Natürlich, wir haben heute ganz viele Möglichkeiten, auch auf andere Art und Weise Kinder hier auf diese Welt zu setzen. Ist auch gut, ist auch nichts gegen zu sagen. Es hilft vielleicht auch Leute, wie gesagt, die ansonsten keine Kinder hätten bekommen können oder auch Karrierefrauen, die ihre Eizellen einfrieren lassen. Ja, kenne ich auch einige, die sagen, dann habe ich nicht diesen Zeitdruck. Dann kann ich vielleicht auch noch mit 50 oder mit 60 Kinder bekommen. Warum nicht? Wir haben diese Möglichkeiten. Aber gleichzeitig wissen wir, dass die natürliche Art und Weise, dass das immer die bessere Möglichkeit ist. Das ist immer das Beste. Es ist immer die Idealsituation. Aber manchmal geht es nicht anders. Und dann greife ich halt zu allen möglichen anderen Dingen. Oder, wie gesagt, ich adoptiere ein Kind. Es ist absolut nichts dagegen zu sagen, ein Kind zu adoptieren. Es gibt so viele Kinder hier auf dieser Erde, die keine Eltern mehr haben. Aus welchen Gründen auch immer. Oder wo die Eltern sich nicht kümmern können. Auch aus welchen Gründen. Und einem solchen Kind dann eine Möglichkeit zu geben, in einer Familie aufzuwachsen, die sich nichts mehr wünscht als ein Kind. Das ist wirklich eine ganz tolle, ganz tolle Tat. Und das ist auch wirklich ein ganz, ganz großes Teilen, ein ganz großes Geben. Und damit bin ich natürlich dann auch wirklich auf einem sehr, sehr hohen spirituellen Niveau unterwegs. Auch das gehört mit zum Leben. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.